Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich noch aufnehmen werde, aber Maury habe ich letztes Mal gesagt, das sollen wir eigentlich mal machen. Da kann man diese Yusuf dazwischen und jetzt dann können wir hoffentlich mal damit anfangen. Keine Ahnung, wer das überhaupt ist. Haben wir das schon mal gesehen? Das war's. Ui! Und da sind wir schon. Kibbutz Nummer 1. Ja, ich glaube, ich glaube, dass du dich aussehen kannst. Du bist genau nicht in der 10-Inche Hose. Ich? Ich mache Mädchen. Winsch. 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 Du bist so schade. Du bist so schade. Du bist so schade, Mann. Du bist so schade, Mann. Schrauben Sie, Morrie! Du bist... Du bist perfekt. Schraubt, tan, ich bin der Traum-Ticket. Meine Mutter hat mich immer bemerkt, dass du ein Lazy-Kid warst. Ich habe mich verletzt. Natürlich habe ich nicht. Nein, nein, nein. Ich rieche es auf... ...feel. Aber ich bin zurück, Baby B. Ich bin zurück. Und dein Leben hat wieder Spaß gemacht. Komm mal, Lu. Oh, und... Fatboy. Du solltest deine Freunde wissen, denn Kibbutz Nummer 1... ... ist zurück in der Stadt. Und dieses Mal... Es ist kosher! See ya! Wollte dich sein! Bag! Der fuck? Warum sind wir da jetzt hingefahren? Was ist das? Oh, ich bin der ist! Das ist doch mal. Das ist doch etwas. Ja, ich hoffe, dass du meine... ...bosser oder so. Das ist doch so intensiv, wie ich will. Das ist toll! ARD Text im Auftrag von Funk für deine Probleme der Inadikation. Oh, oh! Oh, don't take nothing out, Bro. Keep it to yourself. Keep the monster away from me. And listen to what I'm saying. This shit comes from the heart, okay? I don't want to see you getting it over your head. For a man of your height, that's gotta be easy to do. Whoa, whoa! Slow up, dog. I think you're mistaken in your impression of me. I look like a civilian to you. You look like a lot of things, Bro. A lot of neurosis in one tiny package. Kind of like an army knife without the edge. You think because of my lumpy little brother that I don't swing on the dark side. Hey, I never said you weren't a swinger, man. Come to think of it? I might have seen you on one of them websites. All right, enough with the jokes. Look, I done three years Israeli military. I seen shit you wouldn't even believe. Yeah, I done three years helping to run Hercules. I seen shit you wouldn't believe. Hey, how many guys got the juice to get into some foreign legion shit when they're 18? You were probably still sucking on your mama's titty at that age. I was doing time, bro. And leave my mama out of it. Things I saw over there were insane, dog. Insane! I'd tell you about it, but then I'd have to kill you right here. I could do it, too, with my bare hands. Wouldn't even think twice about it. But I won't, Lou. I won't because I like you. And special forces don't even begin to describe my shit. Special sounds about right to me. Look, I came back here after the service, and I changed, man. I changed. You think it's easy sitting down at Econ 101 when you've been icing fools? I wouldn't know, bro. Still got my 4.0 though, didn't I? Oh, give it up right here. Yeah, good for you, bro. You wanna send me a resume so we can skip all this personal history crap? No, I want you to understand, Luis, that I got the brain and the brawn. The meat and potatoes. MBA plus IDF equals do not fuck with this bitch. I got it all, brother. I can handle anything. Yeah, okay, fine, whatever. Remind me what we're doing now? We are paying a visit to some of my old, uh, business associates. We're gonna take over their operation. Clear those fucks out. Perfect. Just perfect. Another fucking war. Fuck yeah! Oh. No. Calculating. Rude. Na gut, dann gehen wir jetzt da runter. Und was passiert dann jetzt? Wären wir gleich losgeschossen wieder, weil die sind da nicht so total, ne? Die laufen dann immer ein bisschen... ein bisschen im Ruder. Hey, you! What the fuck are you doing here, Maury? Oy vey, motherfuckers! Dude, we told you we ain't in business with you no more. You're a rip-off merchant. Hehehehe. No more cooperation, my friends. It's hostile takeover time. Hand it over. Fuck you, Maury, you midget prick. You ripped us off for the last time. Let's get these fuckers! Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Well. Let's go. Look at this guy. Let's go. Let's go. What the fuck is this? du bist verrückt? wow wir sind geschlossen gut wir gehen nach dem lopez wir sind zurück für dich Ach du Scheiße. Jawohl. We're home free. No, I have to get my horn. You're passionate in your strong suit, Luis. Let's leave the logistics to me, huh? Hey, I'm more than happy to leave everything to you, Morrie. In fact, I don't want to be no part of any of this shit. Correct me if I'm wrong, but you and Tony are business partners, aren't you? Sure. Well, I own Tony. Ergo, I own your ass as well. Get used to it. Hey, no one owes me, bro. Oh, I'd make a difference. Okay, that went a bit faster than I thought. Ah, should we go there? Yeah. Here we go, bro. You want to get out of my face now? Woo! Sure I am, sure. Hey, you did great. I'm feeling real bullish about you, Luke. Real fucking bullish. Good to know. Hey, you come by soon. We got some more shit to discuss. Yeah, yeah, no one's watching this thing. We have got some more shit. Oh, we have got some more shit. I've come to know. You know, we have got some more 인 Charmings. Okay. We want to know. Maybe we're going to do a nice thing. We want to know. We can see. Oh, we can see. was war das so die taxifahrt endet hier wer aussteigen will der steigert ich bringe euch jetzt zu einem guten laden so jung noch da kann man doch die wollen doch bestimmt gleich mal richtig pade machen der kollege bremst sich da aus der spinnt ja ich habe wieder eine fähig habe wieder eine fuhre von menschenmengen morgen ja 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 ihr könnt euch gleich aussuchen wir sind gleich da was hast du was das ist aber nicht super ja pulle vaat baby hey i'm all good baby how are you doing id hey desi hey what's up man what's up man tony in yeah it got a while ago jerry night please after you wow id okay good evening my friend how are you yoi yoi die Ladies, how'd you do this? Was? Ja. They're Roman. Wassup, dude? Wassup, dude? Wassup, dude? Wassup? 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 Wassup, wassup, wassup! Wassup, 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 wassup! No more love at risk. Your late. Sorry man, something came up. No doubt. What's going on? I'm trying to figure away other shit. I got a plan to keep that pair of chumps, rocko and vince happy. Come on. I'll explain as we go. Oh whoa 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 whoa. He said, Just a quick hello, quick hello. Gentlemen, my name's Tony Prince. Hope you're enjoying yourselves. Great Wolverine. Tell me, where are the women? Well, they're everywhere. That one over there's a TV starlet. That one there is a model. And that one there, I don't know, but I believe you just signed on with the Derriere campaign. How much? The fuck I mean? No, 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 no. They're not hookers. It's not that kind of club. Everywhere is that kind of club. You just need to know how much to pay. Yeah, well, listen. Can I buy you a gentleman a drink? Cindy! Cindy, come here. Take care of Mr. Vulgar in here. It's good to meet you. Please come back. Enjoy your night. My right-hand man, Luis, will take care of you. Good night. Thank you. So, gentlemen, more drinks? Yes, please. Let's go. So, how's it going, gentlemen? That faggot is your boss. Sure. Must make for funny times at Bonnerstaff. Hysterical, hysterical. Where does the call come from in this place? I don't know about that shit, man. I just make sure people don't get killed. How very boring. I prefer it when they do. You should come back on a busier night then. Normally it's wall-to-wall corpses by midnight. You. I like that. Faggot, not so much. Hey, gentlemen, thank you. Uh, Luis, we gotta go. Good night. Jesus, Russian. Richard and the church. Buy this place and all our troubles. Shit, nothing like Russian gangsters that bring a sense of peace and stability to a problem. Well, we gotta go to Bahama Mama's. Bahama Mama's, den Laden gönn ich auch. Da fahren wir hin zur Konkurrenz. Now, Mama's is more Rocco-style than our place. Tell me he's gonna start hanging out with all that bridge and tunnel crowd rather than us. Don't we wish? No, sadly, he just wants you to talk to a lady in there. Yo, T. I ain't hurting no lady for Rocco. They just want you to hit on her. She's an old friend of yours. Monique from the Derriere store in Suffolk. Monique? Shit. After that thing with her roommate? I don't think that's gonna fly. What they want me hitting on girls for? They want you to get at her boyfriend. He owns a place, but he's in Venturist now. So I'm some fucking gigolo now? Murphy. I never seen you complain about chasing women before. Well, I've never been forced to chase them before. Okay. Ähm, da können wir schon anstehen. Bahama Mama. Do what you do best, partner. You ain't coming. You think having a pasted old queen on your arm is some kind of aphrodisiac? Just try and forget it's a job. The day has finally gone, Tee. You've become my pimp. And I've finally lost my self-respect. Later, bro. Hey, this will take some of that sweaty smell away from that clump. There's a nice little taco shack down the street. That's a huge speed. Go to the dance floor, man. What's that here for a bunker? What's going on? Wait, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Oh, yeah. Jetzt muss ich dein Rücken. Jetzt muss ich dein Rücken. Hallo? Hä? Was zum Teufel? Also GTA, wenn ihr schon sagt, dass ich tanzen soll, dann macht doch bitte oben links vielleicht ein kleines Fenster, wo man auch sehen kann, was man für eine Taste drücken muss. Woher soll ich das denn jetzt wissen, was ich drücken muss? Ich habe alles gedrückt. Leertaste, linke Maustaste, rechte Maustaste. Was soll ich denn drücken? Und so kann man auch eine Mission verscheißen, Alter, ist der Ernst? Das ist ja mal, also das ist sowas, das Spiel gibt einfach no, no fuck einfach auf die Player. Die würden wahrscheinlich das Game sogar vertreiben, wenn die einfach nur 10 Leute es gekauft hätten. F F F Was? Was soll ich denn halten? Oh, oh, oh! Und noch eine Chance. 지만 Ah Ja, heute Let's dance together Ich muss mich hier gerade echt konzentrieren Aber es läuft Ging doch gut Einigermaßen Ich weiß nicht, ob das Video jetzt überhaupt monetisiert werden kann Bei der Musik Ich hab keine Ahnung Mich juckt das nicht Ich kenn das Lied überhaupt nicht mal Ich latsche einfach dazwischen Habt ihr das gerade gesehen? Ich bin auf der Suche gegangen Ich komme, Baby Oh, excuse me Don't let anybody in, Maurice You better not say a fucking word to this All right, Baby Wish me love, Papi Oh, baby Oh, baby Take it easy on me, okay? I had a long day I'm gonna make you forget all about that Oh, I bet you Uh-oh I'm gonna eat I'm gonna eat Yo, shit I think Serge wanted to see you outside Serge just got denied off Come on Wait, wait, hold on a minute How many years? Get the fuck out of my place Move! Hiss! Mew, Icy! Ich mach so viel Spaß. Und dann habe ich es halt da. Der F***er, du? Oh... V-V-V-You were supposed to be in Venturas. You whore! I paid for those f***ing lips! And this is how you repay me?! Hold on, I can explain! Hold on! Yo, das nicht cool, bro! Du legst deinen Scheiß in meine Frau. Und du denkst, es ist cool? Hey! Wow! Jetzt geht's aber hier los, ne? Ich glaube, der schweißige Scheiß hatte diesen Plan. F***! Ich habe erster geschossen. Ich sehe jetzt bewusstlos. Die Weg sind... Okay, okay. Das war ja doch nicht so schlimm. So, wenn ich da jetzt rausgehe, werde ich schon tot geschossen. Ja, ist das eigentlich. Ja, ist das eigentlich. Jetzt geht's... Jetzt geht's los hier! Wie hat... Warum hat er sich gerade so komisch gedreht? Ich weiß nicht, dass er das gerade gesehen hat. Mal weg da alle! Wow! Weg hier! Ich wollte doch nur ein bisschen Party machen. Oh Mann, Alter! Moin! Die wollte, glaube ich, auch ein bisschen Party machen. Servus! Gut! Feuer, Feuer! 100 Prozent! Ich glaube, einfach in Clubs zu danzen wird einfach... Vor allem, wir haben sogar die Mission einfach... Ein bisschen verkackt. Aber haben es trotzdem geschafft. Luis! Du hast Rocco da mit 2 Tee. Siehst du da? Was hat dich in den? Warum bist du so moody, Luis? Du solltest jemanden sprechen. Ja, ich bin moody, nachdem ich knappe getötet habe, Tony. Und das passiert jetzt viel. Fuck! Monique Spartner war ein Venturist. Der ganze Club wurde von verdammt. Okay, ich sehe, warum du so schockt. Geh ein bisschen Rest und wir sprechen bald. Wir bleiben bald. Du hältst uns hier ab, Luis! Okay, ja. Ich glaube, wir sollten echt ein bisschen resten. Deswegen fahre ich gerade jetzt unterwegs nach Hause. Oh! Boah! Aber wir haben uns jetzt echt mit einer Gang... Also mit einem Nachtclub angelegt. Und das wird wahrscheinlich nicht so gut ausgehen. Du hast ein Rob. Was hat er gerade gesagt? Hier ist ein Rob. Get out of the way. Okay. Ja, gut. Dann machen wir erstmal hier Feierabend. Wir speichern das mal. Das wäre jetzt mal gut nach ein paar Missions. Ich habe jetzt ein paar Folgen, glaube ich, aufgenommen. Ich weiß das nur, wie viel. Aber ein bisschen habe ich was. Wäre ja nicht schlecht, wenn man da ein bisschen speichert. So, und das möchte ich noch kurz die letzten paar Minuten ein bisschen nutzen. Euch nochmal das ein bisschen zu erzählen, was ich da gesagt habe. Weil ich konnte ja nicht so viel wirklich sagen. Ich gehe lieber mal raus hier. Weil sonst ist hier die ganze Seite Musik hier im Hintergrund. Wegen dieser Sache da mit dem Discord. Beziehungsweise mit meinem zweiten Channel. Also der zweite Channel, der ist natürlich gleich verlinkt. Bei meinen sozialen Netzwerke. Da sehe ich dann unten meinen zweiten Channel. Und da geht er einfach mal drauf. Und dann kommt er zu einem Channel zum SAPD. Live on Patrol. Und das ist mein zweites Channel, wo ich von 5M die Livestreams mache. Beziehungsweise teilweise auch mal Videos hochladen werde. Ich bin da auf einen Discord. Auf zwei Discord sogar. Einmal auf den Discord von PD, der bei meinem zweites Channel verlinkt ist. In der Kanalinfo. So wie auch in der Kanalbeschreibung bei den Videos und Streams. Und natürlich auch der Haupt Discord ist auch verlinkt. Da könnt ihr einfach beitreten und bei dem RP mitmachen. Das RP, ich weiß nicht, wenn ihr das sehen werdet, ob das schon fertig ist. Es wird sich nur um Wochen hinauszugeln. Also im September oder sowas wird es natürlich wieder gehen. Anfang September. Da könnt ihr dann auch beitreten und mitmachen. Und dann geht es auch los mit dem eigentlichen Projekt. Das wird ziemlich spannend. Also wer Lust hat bei PD, der kann sich auch drüben dann auch gleich bewerben. Also das ist, man kann sich da direkt, man kann da direkt beitreten und mitmachen. Man kann auch als Medic arbeiten. Bedeutet als Krankenwagenfahrer. Man kann hier Leute retten und so weiter. Also meistens beim PD. Alles möglich. Ihr könnt einfach beitreten. Und ja. Also es wird natürlich auch noch einen zweiten Channel davon geben. Also der wird nicht von mir betrieben. Der zweite Channel von Live und Patrol, der wird von mir betrieben. Und es wird noch von unserem Chief, unserem obersten, dem Chief of Police. Der möchte noch einen eigenen Channel fürs PD machen, wo hin und wieder auch mal Videos kommen. Aber die Livestreams vom, vom Polizeiauto aus, die werden von, die werden hier von SAPD Live und Patrol gemacht. Also von mir, die werde ich machen. Die wird, das werde ich Livestreamen und werde das dann euch ausstrahlen. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen und würde ich freuen. Also wer Lust hat bei PD ein bisschen was mitzumachen, ein bisschen was zusammen zu machen. Online sind ca. 20 bis 30 Leute. Am Anfang wird es vielleicht so ein bisschen mehr sein. Und ja. Einfach beitreten. Es läuft alles über ein Solting Jet. Also über TeamSpeak 3. Das braucht ihr natürlich auch. Das müsst ihr eigentlich einfach gratis runterladen. Das kann man aber auch dann nach. Da gibt es einen eigenen Link dafür auf der Seite. Und wenn man Hilfe braucht, der Support ist auch erreichbar. Aber die haben jetzt zur Zeit ein bisschen Aufbauphase. Weil der ganze Discord und alles wird noch aufgebaut. Aber trotzdem, ihr könnt schon beitreten. Und dann wird er auch immer auf dem Laufenden gehalten. Wenn irgendwas Neues gibt es. Wenn neue Upgrades oder was auch immer gibt es. Es macht auf jeden Fall Spaß. Also es gibt Tage, da ist es echt blöd. Aber man muss es positiv sehen. Na gut. Das war's dann. Ich hoffe, wir sehen uns. Und wenn ihr mehr sehen wollt, auf meinem zweiten Channel geht es auch ein bisschen weiter. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.